Wenn ich meine Spiele-Sammlung, die ihr hinter mir sehen könnt, mal so durchgehe, dann finde ich in dieser Sammlung ganz, ganz viele Top-Spiele. Ich finde ganz, ganz viele Perlen, die nicht jeder kennt. Das sind alles wirklich großartige Spiele. Aber natürlich im Laufe der Jahre habe ich nicht nur gute Spiele gekauft, nein, ich habe auch sehr, sehr viel Scheiße gekauft. Ich habe mir gedacht, es wäre mal an der Zeit, nicht nur die guten Spiele oder die Perlen vorzustellen, sondern euch einfach mal in einem Video fünf Spiele zu präsentieren, die für mich persönlich ein Fehlkauf waren. Das sind meistens Spiele, es kann sein, dass diese Spiele für euch super großartige Spiele sind, dass ihr die mega gefeiert habt. Ich habe aber vielleicht etwas anderes erwartet bei diesem Spiel, als ich das gekauft habe oder habe generell irgendwie vielleicht zu hohe Erwartungen gehabt, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir fünf Spiele rausgesucht, die ich als Fehlkauf betiteln kann. Natürlich kann man irgendwie ein Crapspiel kaufen und sagen, ja, das war ein Fehlkauf. Nein, ich habe natürlich bei diesen Spielen etwas Schönes oder Gutes erwartet, habe aber etwas bekommen, was mir unfassbar auf die Eier gegangen ist. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wir fangen mal ganz einfach an mit einem 3DS-Spiel. Dieses Spiel habe ich mir hauptsächlich gekauft, weil ich mir damals das Circle Pad Pro für den Nintendo 3DS gekauft habe, weil ich halt Bock hatte, mit zwei Analog-Sticks in Anführungszeichen zu spielen. Die Rede ist hier von Samurai Warriors Chronicles. Das Ding ist halt so ein Hack-and-Slay-typisches Samurai-Warriors-Spiel. Wer kennt das nicht so, da gibt es ja hunderttausende Ableger von. Unter anderem ja auch die ganzen Nintendo-Ableger wie zum Beispiel Hyrule Warriors oder jetzt Fire Emblem Warriors, was wirklich coole Spiele sind. Aber das hier hat mich dann doch sehr enttäuscht. Hat mehrere Gründe gehabt. Zum einen, weil es halt einfach auf Englisch ist. Das war mir zwar vorher klar, aber ich dachte nicht, dass da doch so viel Text und Informationen auf mich reinpasteln direkt am Anfang. Ja und was halt ein bisschen nervig war mit diesen Circle Pads von dem 3DS, war das einfach nicht gut steuerbar. Das ging mir einfach alles auf die Eier so, keine Ahnung. Das sah nett aus, das Spiel. Aber die ganzen englischen Bildschirmtexte, die man hatte, das war einfach alles Kacke. Dann die ganzen Sounds, die die Charaktere von sich gegeben haben, haben mich genervt. Das Gameplay, wie gesagt, mit den Circle Pads war für mich einfach nicht gut. Das hat mir nicht zugesagt, weil ich immer Angst hatte, meine Circle Pads abzubrechen oder so. Das gleiche hatte ich übrigens bei Smash Brothers für den 3DS. Das hätte ich eigentlich auch hier in diese Fehlkauf-Liste einnehmen können. Aber das habe ich dann doch einige Zeit gespielt, sodass es hier dann doch nicht reinfließen sollte. Naja, auf jeden Fall, Samurai Warriors Chronicles für den Nintendo 3DS für mich. Ein Fehlkauf. Machen wir weiter mit der PlayStation 3. Jetzt haben wir ein Sportspiel. Übrigens, das zweite Spiel für die PlayStation 3, was gleich kommt, ist auch ein Sportspiel. Irgendwie habe ich es da nicht so mit, keine Ahnung. Ja, ich dachte mir, weil ich damals Tony Hawk's Pro Skater ziemlich gefeiert habe, da ja aber irgendwie auch nur noch Grütze kam, habe ich gedacht, versuch mal eine andere Reihe, die sich mit dem Skating befasst. Und das war halt in diesem Fall Skate 3. Was ich nicht wusste, ist, dass ich im Laufe der Jahre, also ich habe lange Jahre keine Skate-Spiele mehr gespielt, auf jeden Fall dachte ich mir damals halt, kauf dir mal Skate 3. Als ich damit schon angefangen habe, ging mir schon unfassbar auf die Eier, dass man nicht mehr mit X gesprungen ist, sondern mit dem Analogstick, dass man halt so nach unten drücken muss und dann nach oben. Und dann hat der halt einen Olli gemacht, oder wie man es nennt, ich kenne mich da nicht so mega aus. Auf jeden Fall ging mir das schon mega auf die Eier. Dann habe ich ein bisschen gespielt, habe versucht, komm, fuchs dich da mal rein, so versuch mal das Gameplay zu verstehen und umzusetzen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich kann das ganze Spiel über, beziehungsweise halt die Zeit, die ich damit verbracht habe, nicht zurecht mit diesem anderen Gameplay. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist oder merkwürdig, weil es gibt ja sehr, sehr viele Fans dieser Reihe. Und das habe ich nicht verstanden. Ich dachte, so kann es doch nicht sein, dass du zu blöd bist, um das zu lernen. Aber ich habe dann irgendwann aufgegeben, spätestens zu dem Zeitpunkt, als die Bonebreaker-Challenges oder was es da gab, auf mich zukam und ich mir halt möglichst spektakulär die Knochen brechen muss. Da dachte ich mir so, alles klar, jetzt ist das Spiel für dich gestorben, packe es weg und packe es nie wieder an. Skate 3. Ich hatte damals sogar den Plan noch, das Ding auf Platin zu spielen, im Zuge meines Platin-Regentag-Projekts. Das habe ich dann ganz, ganz schnell aufgegeben, dieses Vorhaben. Gehen wir nochmal ganz kurz weg von der Playstation in Richtung Nintendo, und zwar ein Spiel für die Wii U. Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich... Oh, es war offen. Gott sei Dank habe ich dieses Spiel nicht selber gekauft, sondern habe es damit als Pressemuster von Activision zur Verfügung gestellt bekommen. Und wer mein Video dazu kennt, wird wissen, dass ich mich da mega drüber amüsiert habe, weil es einfach unfassbar schlecht umgesetzt ist. Und zwar The Amazing Spider-Man 2. Ja, ich hatte da einige sehr hofft, weil sie hatten sich halt so ein kleines bisschen versucht, an diesem Batman-Arkham-Irgendwas, Arkham-Islam-Gameplay zu orientieren, was nicht funktioniert hat. Und die ganze Grafik, ich meine, es ist natürlich nur die Wii U in Anführungszeichen, aber bitte ernsthaft, das war einfach voller Glitches und Grafikfehler, und es hat einfach keinen Spaß gemacht. Die Synchro hat mich am meisten genervt. Die deutsche Synchro, Junge, es passte überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Die Stimme von Spidey passte nicht. Wie sie es überhaupt umgesetzt haben, die Lippensynchronität hat komplett gefehlt. Ich meine, das hat man hier und da schon mal bei Videospielen, dass die deutsche Synchro nicht so ganz mit den Lippen übereinstimmt, ist irgendwo logisch. Aber so extrem, wie das hier der Fall war, das ging überhaupt nicht. Sag mir, wo ich Schulz finde, okay? Dann darfst du es dir vielleicht an einem Hydranten bequem machen. Was sagst du? Ging doch gut, oder? Oh Gott, ist die Synchro-Kacke. Das habe ich, glaube ich, nur für das Video reingelegt, dieses Spiel, und habe es danach nie wieder angerührt. Schade. Ich hoffe wirklich, dass sie das neue Spider-Man-Spiel, was sie dieses Jahr dann exklusiv für die PS4, kommt, dass das etwas besser wird. Und das wird, glaube ich, besser werden, weil es ist auch, glaube ich, eine andere Entwicklerstudie oder so. Und das sieht einfach optisch schon viel, viel besser aus. Und mit Spider-Man in einer Open World durch die Stadt zu schwingen, das wollte ich halt immer schon mal machen. Ich glaube, das möchte jeder mal irgendwie tun, der ein bisschen was für Comics und Spider-Man übrig hat. Und das konnte man hiermit auch machen, aber es hat einfach keinen Spaß gemacht. Unfassbar schlecht, dieses Spiel. Und ich hatte so hohe Erwartungen daran, das ist das Schlimme daran. Die Amazing Spider-Man 2 für die Wii U, für mich definitiv ein absoluter Fehlkauf. Und zum Glück habe ich nicht gekauft. Dann gehen wir wieder zurück von Nintendo zu Sony, und zwar wieder zurück zur PlayStation 3, bevor wir dann, das kann ich schon mal spoilern, das letzte Spiel ist ein PlayStation 4 Spiel. Das wird bestimmt einige aufregen, aber ich muss das einfach mit reinnehmen. Aber vorher kommen wir zu diesem Spiel, nämlich wieder mal ein Sportspiel NBA 2K13. Ja, executive produced by Jay-Z. Ja, alles klar. Das Ding an sich ist mit Sicherheit ein großartiges Spiel, aber ich kam mit der Steuerung absolut nicht zurecht. Ich wusste im Vorfeld schon, ich hatte damals, das war die Zeit, wo ich sehr stark oder sehr verhäuft Tommy Hawk TV geguckt habe, wo er immer noch seine Let's Plays dazu gemacht hat. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken, weil er halt sehr, sehr viel Ahnung von dem ganzen Kram hat. Das hat mich gehypt, um dieses Spiel selber zu kaufen und mal in die Konsole zu legen. Aber ich glaube, ich wäre mit einem NBA Jam oder was weiß ich, was es da mittlerweile gibt, also so ein Funding besser bedient. Weil diese, allein die Steuerung, ich habe es nicht auf die Reihe bekommen, auch nur ein Spiel auf der erleichternsten Schwierigkeitsstufe zu gewinnen oder überhaupt mal irgendwie vernünftig da zu spielen. Das hat einfach keinen Spaß gemacht. Immer wenn ich den Ball hatte, kam ich irgendwie in Richtung Koop. Ja, aber habe den Korb nicht getroffen. So, das war das Erste. Und wenn der Gegner den Ball hatte, ich war absolut nicht in der Lage, ohne ein Foul, den Ball abzunehmen. Und das ging mir so unfassbar auf die Nerven, dass ich das Ding dann nach kurzer Zeit wieder aus der Konsole verbannt habe. Und ja, weiß ich nicht. Das hat mir auch nicht gefallen aufgrund der Steuerung. Ich muss so feststellen, dass oft die Steuerung wirklich ein Problem ist, sodass ich ein Spiel abbreche. Hm. Liegt also anscheinend an mir. Ich meine, natürlich liegt es an mir, weil, wie gesagt, es gibt genug Leute, die diese Spiele mega feiern, was auch vollkommen okay ist. Aber für mich sind das alles irgendwie Fehlkäufe. Ah, Gott. Das letzte Spiel ist dann, wie gesagt, von der PlayStation 4. Und wer ein kleines bisschen meinen Hintergrund im Auge hatte, der wird schon festgestellt haben, was jetzt kommt, sofern man es denn auf der kleinen Kamera links da oben sehen konnte. Und zwar ein Rollenspiel aus einer sehr, sehr großen Reihe. Es ist vermutlich die bekannteste Rollenspielreihe oder JRPG-Reihe, die es so gibt. Und zwar Final Fantasy. In diesem Fall Final Fantasy 15. Ja, bei diesem Spiel scheiden sich ja auch die Geister. Das ist ja nicht mehr feierlich, so was. Auf jeden Fall, ich hatte große Hoffnung in diesem Titel, dass sie zu alter Stärke, also für mich zu alter Stärke, zurückkommen. Leider scheint diese Zeit bei Final Fantasy komplett vorbei zu sein. Denn mit Final Fantasy 13 hat mich das Ganze schon so ein bisschen genervt und hat mich die Reihe schon so verlassen oder ich habe diese Reihe verlassen. Und 13.2 und 13.3 damit war es dann komplett hinüber. Und da hatte ich die Hoffnung halt in Final Fantasy 15, dass sie wieder zurückkommt, dass sie nicht mal das alte, rundenbasierte Gameplay nehmen. Das ist ja logisch, weil die Reihe sich einfach weiterentwickelt und sie was Neues machen. Aber das hier, es gab so viele Sachen, die mir auf die Nüsse gegangen sind. Zum einen das Auto. Was soll denn das? Mit diesem Auto durch die Gegend fahren? Klar konnte man später Schnellreise machen und sich dahin teleportieren und so ein Gedöns, aber trotzdem ewig mit dem Auto unterwegs zu sein, das ging mir am meisten auf die Nüsse und das nicht skippen zu können. Jesus, das war echt hardcore nervig. So, das war der Hauptgrund, warum ich mal gesagt habe, alles klar, du hörst auf. Der zweite Hauptgrund war auch hier wieder mal das Gameplay. Nicht, weil die Steuerung nicht gut funktioniert hat oder ich sie nicht lernen konnte, aber es war mir einfach viel zu viel. Das war ja noch viel, viel mehr gedöhnt als jetzt bei Xenoblade Chronicles 2 und da ist es schon viel. Aber hier, ich weiß nicht, warum man sich in einem Kampf an bestimmte Punkte hangeln muss und von dort aus dann wieder weiter. Was soll das? Das hat mir absolut nicht gefallen. Die Welt war natürlich großartig, die Grafik ist super, die Story war natürlich direkt von Anfang an wieder sehr krass. Da hätte ich aber drüber hinweg gesehen, weil mir, wie gesagt, die Welt sehr gut gefallen hat. Das sah alles schön aus, die Gegner waren cool designt, aber das Gameplay und dieses Auto-Feature, das ging mir so mega auf den Sack, dass ich halt aufgehört habe, dieses Spiel zu spielen. Naja, wie gesagt, es gibt viele Fans dieser Reihe, ich weiß, dass einige Zuschauer von mir das auch mega abgefeiert haben und das mit ihrer, ich glaube, der Game Mansion auch, der findet dieses Spiel ja großartig und es ist eines seiner liebsten Spiele des letzten Jahres oder des Jahres 2016, oder wenn man es kam, gewesen. Für mich leider ja, wie schon gesagt, die meisten Spiele sind eigentlich ja ganz gute Spiele und haben eine sehr große Fanbase, was ich vollkommen verstehen kann, wenn ihr jetzt sagt, diese Spiele, was redet ihr da für ein Quatsch, das war doch großartig, ja, dann ist das natürlich euer gutes Recht, das zu sagen, aber mir hat der ganze Krempel einfach nicht gefallen und keinen Spaß gemacht. Deswegen waren diese Titel für mich Fehlkäufe. Ich möchte sie trotzdem nicht wieder verkaufen, weil ich halt Sammler bin und auch solche Titel dann in meiner Sammlung lasse, gerade so was ich Final Fantasy 15 von mir aus, aber ja, weiß ich nicht. Schreibt mir gerne eure Fehlkäufe unten in die Kommentare, denn sowas finde ich auch immer interessant, klar, man kauft immer viele gute Sachen, man spricht immer über die tollen Sachen und so, aber über die schlechten Sachen, da spricht man sehr selten drüber, deswegen bitte in die Kommentare, was ihr euch so für einen Scheiß gekauft habt in letzter Zeit. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Daumen nach oben da lasst, das ist immer ein guter Support und würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ich bin erstmal raus, bis dann, Tschüss.